Gibt es Italien übrigens noch? Ja, aber auch der Gründungsball der Europäischen Union, meiner Meinung nach ist er der korrupteste Ball in Europa. Was, wie kann man ihn mit so einer erbärmlichen Sache in die EU bringen? Oh nein, die Europäische Union scheint eine politische und wirtschaftliche Organisation zu sein, also sollte es in Ordnung sein. Opa, du weißt vielleicht nicht, dass es ihm in diesem relativ friedlichen Alter immer noch sehr schlecht geht. Was hat er getan? Vorher hat er den Flüchtlingen einfach 500 Euro gegeben, damit sie zu mir kommen. Il benessere della Germania è particolarmente buono. Vi offro 500 Euro a testa e mi date tutti alla Germania. Nun, es ist zu viel. Lass uns gehen, lass uns die Rechnung mit ihm begleichen. Das war die Drehzahlung mit ihm. Ihr habt doch schon mal in den Flüchtlingen. Also hat er den Flüchtlingen erbärmchen. Die Drehzahlung mit ihm beglemmt. Was D.H.L.L.